Wir haben uns gefragt, wie sieht unser Werk der Zukunft aus? Das neue Werk in Weilheim ist Teil unserer Produktionsstrategie und bietet uns dringend benötigte Expansionsflächen für ein nachhaltiges Unternehmenswachstum. Wir haben uns ganz bewusst für den Standort hier in Weilheim entschieden. Der Neubau ermöglicht es uns in Zukunft wettbewerbsfähig in Deutschland zu produzieren, eben made in Weilheim. Bei der Planung unseres neuen Werkes hier in Weilheim haben wir insbesondere darauf geachtet, dass wir effiziente Arbeitsprozesse sicherstellen können und zeitgleich ein modernes und helles Arbeitsumfeld für unsere Mitarbeiter. Des Weiteren haben wir das Ganze natürlich nachhaltig und zukunftsfähig gestaltet. Die Energieeffizienz fing schon beim Bauen an. Viele Teile des Rohbaus und der Gebäudehülle wurden aus industriell vorgefertigten Elementen hergestellt. Wir haben auf dem Gebäude eine Photovoltaikanlage installiert. Mit diesem Strom, den wir dort produzieren, können wir sowohl unsere Montage als auch den Betrieb des Gebäudes mit eigenem Strom versorgen. Schon beim Betreten des Standorts wird die Marke Festool deutlich erlebbar. Wichtig für uns war, dass wir sowohl in der Halle als auch im Verwaltungsgebäude eine helle Arbeitsumgebung vorfinden, die ausreichend mit Frischluft versorgt wird und sehr gut klimatisiert ist. In unserer neuen Kantine in Weilheim wird täglich frisch und abwechslungsreich gekocht. Die Vorteile unserer neuen Montagehalle liegen auf der Hand. Wir haben kurze Wege zum Lager, optimale Materialflüsse und Logistikprozesse und wir haben die neuesten Digitalisierungs- und Automatisierungslösungen. Eine innovative Digitalisierungslösung ist unsere Smartwatch, die wir hier im Einsatz haben. Damit werden Störmeldungen direkt auf die Smartwatch von unseren Betreuern gemeldet, die sich dann wiederum um die Problemlösung an der Insel kümmern können. Durch eine sehr effiziente Planung konnten wir unser Neubauprojekt mit 10.000 Quadratmeter Fläche, auch mit Hilfe unseres leistungsstarken Baupartners in einer sehr kurzen Zeit verwirklichen. So sieht unser Werk der Zukunft aus. Effizient, innovativ, zukunftsweisend und nachhaltig. Schönen Zverein Industries Untertitelung des ZDF, 2020